Musik Heute bin ich auf einem märchenhaft schönen Adventmarkt im Schloss Hellbrun. Gemeinsam mit meinen Salzburger Freunden schaue ich mir jetzt an, welche tollen Sachen es gibt und welche Leckereien für mich versteckt sind. Musik Musik Also der Slogan stimmt ja, dass es hier drinnen märchenhaft schön ist. Auf alle Fälle. Hellbrun ist ein schöner Park, ein schönes Schloss, Sommer wie Winter, einen Besuch wird. Musik Hast du einen Weihnachtsspruch für den 10. Dezember? Ja, nach Hause kommen, das ist es. Was das Kind von Bethlehem allen schenken will, die weinen, wachen und wandern auf dieser Erde. Von Friedrich von Podelschwing. Musik Auch heute gibt es wieder was zu gewinnen und zwar zwei heiße Punsch hier in diesem zauberhaften Ambiente im Schloss Hellbrunn. Und wer diese gewinnen möchte, schreibt eine Nachricht mit dem Stichwort Schloss Hellbrunn an die hier unten eingeblendete Adresse. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020